Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Euromax Leben und Kultur in Europa. Heute mit den Höhepunkten der Woche und das sind unter anderem diese Geschichten hier. Kunterbunt und fröhlich geht es zu bei Las Fajas, dem spanischen Volksfest in Valencia, mit dem dort traditionell der Frühling begrüßt wird. Das Fest gehört seit 2016 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO und lockt seitdem noch mehr Touristen an als sonst. Auch die Modedesigner müssen sich ja immer wieder was Neues einfallen lassen und da werden dann auch schon mal traditionelle Kopfbedeckungen reaktiviert. Der deutsche Stardesigner Karl Lagerfeld, der ja aus Hamburg stammt, hat den sogenannten Elbsegler wiederentdeckt. Ursprünglich war das mal eine Mütze für Hafenarbeiter, aber inzwischen sieht man sie auch immer mehr auf der Straße, nicht nur in Hamburg. Ja, ist so eine coole Mütze, mir gefällt die auch. Frankfurt am Main ist die einzige Stadt in Deutschland mit einer sehenswerten Wolkenkratzer-Skyline. Normalerweise erstrahlt die Finanzmetropole nachts im weißen Licht der zahlreichen beleuchteten Büros und Wohngebäude. Eine Woche im März aber verwandelt sich Frankfurt in eine bunte Fantasiewelt. Bereits zum sechsten Mal fand in diesem Jahr die Luminale statt, ein Festival für Lichtkultur und Stadtgestaltung. Wir waren mit dabei. Ja, ganz egal ob mit oder ohne Lichtfestival, Frankfurt am Main ist eine pulsierende Finanzmetropole mit mehr als 700.000 Einwohnern. Genau das Gegenteil, nämlich menschenleer sind die Orte, die auf den Mailänder Fotografen Bruno Sanzotera eine geradezu magische Anziehungskraft ausüben. In Italien gibt es mehr als 1500 sogenannte Geisterdörfer, die von ihren Bewohnern verlassen wurden, sei es wegen der zunehmenden Industrialisierung oder weil Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Erdrutsche sie unbewohnbar gemacht haben. Bruno Sanzotera fotografiert die verfallenen Gebäude seit Jahren und erforscht dabei auch ihre Geschichte. Mit Wandern hat es Steffi Maat nicht so. Für sie müssen die Wege möglichst steil und steinig sein. In ihrer Branche fällt sie auf, weil sie gut aussieht. Ihr selbst sind aber vor allem ihre Leistungen wichtig. Und da gehört Steffi Maat definitiv zu den Besten in Deutschland. Sie ist Profi-Mountainbike-Fahrerin und liebt es vor allem schnell. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Mehr Euromarks gibt es rund um die Uhr online unter www.dw.com-lebensart und natürlich auch auf Social Media. Tschüss, bis zum nächsten Mal.